da war ich dran was ist die vorlage ich hab mal gesehen und ich so nein kennen ihn boah fuck habe ich den verkackt scheiße muss er aus blau.. ne aus orangen boah richtig oder nicht fuck nein oh god Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und die Wörter, da sind wieder alle mit dabei. Wat'n Fight. Jack ist gerade aufgewacht. Ja. Weh. Aua. Joker. Ich werde immer gefistet. Schön. Boah, da war ich dran. Was? Du wegst die Vorlage? Wollt ich nochmal sehen. Und ich so, hä? Oh Gott, das wäre meine Vorlage gewesen. Schön. Aua, ich komm jetzt erst runter. Scheiße. Aua. Aua. Ne? Nach vor. Aua. Hörst du auf mich zu ficken, ey? Nö. Hier ist nach dem Weg. Da ist eigentlich keiner von uns hinten. Jetzt brauchen die alle nach hinten fahren. Ich bin hinten. Nein! Ihr seid lustig. Ich mag uns. Ich mag uns. Macht mal was da vorne draus. Dich vergass ich zuletzt. Du bist lustig. Aua. Der wär drin gewesen. Ich krieg die Mottas. Hab ich ihn rausgefischt? Ne, oder? Jockel. Nö, jeder von denen. Boah, alter. Was'n Geficke. Oua. Wie? Gut. ata te Dafür gibt es den Armbefreiungsschlag, was ist denn für ein Scheiß? Ich habe es nach dem Schlag. Ein Brandbudel. Aua. Hier versucht mich jemand zu zerstören. Boom. Das hat der Jake schon gemacht. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Schön. Nice. Der Ficker hat nämlich die Entezeit hier gelauert, um mich zu zerstören, ey. Musst du in meinem Strafraum hin und her düsen. Ich fliege. Vorlage. Glimpf. Muss er hin. Noch der hier, der mag was. Der mag was. Mogwai. Mogwaz. Wieder schön getimed, Joker. Boah. Das ist immer so geil, wenn du über mich drüber fliegst, geht sich das immer genau aus. Aua. Schade. Jetzt schiebt mich der andere Double. Ja, das ist immer so geil. Wichtig. Bffft. Jake. Fuck. Ach. Mist. Ich bin hinten. Aua. 30 Sekunden, Jungs. Scheiße! Oh oh. Weg damit! Ja! Komm schon! Geh rein! Geh rein! Nein! Oh fuck. Knack und fuck. Nice. Gut gemacht, die Jungens. Ich bin durch für heute. Letztes noch? Komm noch mal gegen die Spacken, ey. Die wollen's wissen. Ist aber cool, dass man so plattformübergreifend spielen kann. Ja, Xbox machen sie ja wohl jetzt, oder? Die Version. Ich bin mal gespannt, ob da dann auch das gleiche gilt. Schade. Okay. Oh. Fuck. Ich hab anstatt dem Ball wohl jemanden, der in der Gegend rumgeflogen ist getroffen. Kann passieren. Fuck! Nein, Joker! Sorry! Ah, hätt was sagen sollen. Ich konnte sie leider nicht sehen. Kann nicht sehen. Oh. Oh fuck, Walvo. Scheiße. Hätt' ich was sagen sollen. Scheiße, 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 scheiße! Ah fuck! Mein Fehler. Tschuuu! 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 Die alle hinter dem Ball ja so! Wow! Ich glaub hinten! Nooo! Kenny, beides in der anderen Richtung! Ich wurde da hingefickt, was soll ich machen, ey? Pass auf, wo du hingefickt wirst! Wow! Oh, nein, 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 ey! Geht der daneben? Ich glaub's nicht! Scheiße, 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 scheiße! Boah, Jake, überragend! Überragend! Diese Ballmitnahme, bitte! Wow! Oh, nice, Jake! Darüber! Nice, Jake! Sehr, sehr schön! Boah! Doink! Scheiße! Boink, the Clown! Ich bin hinten! Ich bin hinten! Schön, Jake! Ich hab leider keinen Turbo gehabt! Nein! Mach das, Jungs! Schade! Ey! Oh Gott, der wird scheiße, der wird scheiße, der wird scheiße! Oh! Oh! Ich hab' nicht! Bei Manuel Neuer hieß das wieder Weltklasse! Hab' ich! so halbwegs! So halbwegs! Hehe! Nein! 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 Huuuuh! Weg da! Boah! Was für Weltklasse Paraden! Ich hab' den Flogen! Wo ist er denn hin? Oh! Huuuuh! Huuuuh! Aus dem Grauen aufgetaucht! Huuuua! Jake hat mich gefistet! Ich hab' es geliebt! Wie sich die alle weglöten, ey! Pff! Wer war denn das gerade? Scheiße! Hab' den Ball weggehauen und hab' den Ball vom Himal auf uns gelegt! Wo-oh! Der Ballerbruch mal langsam wieder weg von unserem Tor. Boah, der kam überraschend. He 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 he. Scheiße. Oh nein, fertig noch. Oh Mann ey. Nein Kenny. Nein! Oh fuck hab ich den verkackt. Scheiße muss er aus blau...ne ist aus orangen Petro, aber richtig oder nicht? Fuck nein! Oh Gott. Scheiße. Ich bin hinten. Alle nach vorne, alle nach vorne. 30 Sekunden nur noch. Dann spiele ich den Manuel Neuer, den offensiven Torwart. Sehr offensiv. Was macht ihr denn da hinten? Dann lassen wir euch einfach alleine. Du hast gesagt, alle nach vorne. Warum war ich denn der Einzige in der Gegner? Schnell bis jetzt endlich. Na vorne, na vorne, was macht ihr denn da hinten? Ist doch egal. Haben doch jetzt verloren. Aua. Hat mich abgeschossen. Die schießen mich alle ab. Was macht ihr denn da, Leute? Wir bleiben alle stehen. Hallo, Evo. Oh, Fatina wieder. Nein, jetzt nicht abschlachten lassen. Nein. Ei. Dies wurde doch noch einmal ein schönes Ende. Oh man. Aber hat Laune gemacht, Jungs. Ja. Sehr stark, Jake auch. Ja. 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 Ja.